Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. So, ich muss die Idioten jetzt hier noch killen. Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mir nach Folterkammer aus. So, geh doch mal weiter. So, den ersten hätten mal. Hm. Beide da unten. Ich schnappe erst den. Oh Gott, ich hab jemanden gefunden, hier drüben. Was ist mit dir waschen? Batman, kannst du mich hören? Zeig dich! Ja, ich kann dich hören. So. Da bin ich. Gute Nacht. So. Dann weiter. Hallo. So leicht. Denk mal drüber nach. Ich hab dich in einer kleinen Mittagengeste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Betz. Ich hab noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Gas! Gas! Was ist los? Nur Scarecrow! Wollt ihr von mir runter! Wollt ihr von mir runter! Oh nein! Hilfe! Hey! Dann holt mich hier raus, bitte! Oh, sieht so aus, als ob der gute Doktor früher angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn er fertig ist. Sag mir, Bax, wovor hast du wirklich Angst? Hast du dabei versagt, diese Kloake von Stadt zu retten? Lass du den Commissioner den Grätscheidig filtern! Vor mir, im Spring-Hangar, hier! So, ich krieg dich, Joker. Denn ich bin Batman! Wir müssen einen Hut finden! Ich kann mich als Batman! Nein! 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 So! Und... ... 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 Dann geh ich halt wieder. Was? Vater. Wie ein Mann. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Was zum Anker? Was? 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 Oh Mann. Erster Boss. Was? 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 Warte. So. Du kannst meinen Blick nicht entkommen. Du wirst hier drin sterben. Nein! Nein! Was war das? Nix! Nix! Hö! Nix! So! Was versuchst du anzustellen? Hallo? Nix! 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 Okay! Okay! Nix! Jetzt kommt man strade. Nix! Wie Objekt zu klein. So. So. Ich folge einfach mal den Pfeilen. Es war nicht, Gordon. Cranes Gars muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verfahrenen Hirns ist? Genau wie bei mir! Finde dich damit ab, Ed. Es wird leichter, wenn man sich darauf einsetzt. Wirklich. Oh! Ich... Ach. 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 Hör zu, keine Fits mehr. Noch ein letztes Rätsel und du kannst Norden haben. Und noch ein bisschen mehr. Ich kann's nicht erwarten. So. Was ist hier? Okay. Dann geh mal den Pfeilen lang. So. Ein geschätzter Poliskommissner ist genau hinter dem Glas! Sieh nur! Harley hat stückte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist! Sie patrouillieren schon, ich hab ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist! Hier ist der Deal! Wenn du es schaffst, zu Arley zu gelangen, ohne dass es jemand mehr ist, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Man, vielleicht gebe ich dir sogar Arley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Nein, danke.